krieg ich jetzt die letzte Scheißbox her Trommelbox das sind da große Zermonell Trommeln kann ich hier mitnehmen was ist das hier stehen keine Trommeln was da unten vielleicht da oben da waren hier die komischen wilden Tiere da ha ha falsch 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 jetzt mal wieder in grobe finden was ist da runter ho 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 Ganz hoch Berg steht hinter uns selbst ohne den Hammer weiß ich was jetzt nichts zu tun ist. Wenn unsere Truppen sich gesammelt haben, werden wir den Unterkönig angreifen. Das klingt ja fabelhaft. Könnt ihr den Rhythmus spüren? Sehr schön, da sind sie ja. Ihr könnt sie gerne spielen, aber stellt sie dann wieder hier ab. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Mopsi, Mopsi, Mops. Da wäre auch direkt eine große gewesen, so eine Scheiße. Wichtig. Das war's. Etel, wasserweise. Eure Familie befindet sich in der Wiege des Hammers. Ob die alle Familie gar nicht selber hinlatschen kann. Aber gut. Wie kann ich euch helfen? Hä? Möge die ewige Sonne euch beeilen. Oh nein, was ist denn jetzt? Musst du jetzt noch hier hinlaufen, oder was? Da muss ich ernsthaft nicht die Stadt hier begleiten. Oh nein, kommt näher, Blutölf. Wie ist ihr denn jetzt? Was für ein netter junger Mann, ja, ja. Der Fluss nährt uns. Alla, Lauf halt. Der Hochberg wird nicht fallen. Ach du Scheiße. Warum gibt es solche Quests noch? Oh je, 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 ist das spannend. Was ist das denn? Immer langsam Bullenkalb. Tu mir auch. Was ist das denn für ein Viel? Das ist eine wirklich hübsche Frau. Ja, nur wollen wir weiter so langsam laufen, dann stirbt die, bevor wir da sind. Los, wir haben es gleich geschafft. Lauf. Trefft euch mit lasern Himmelshorn am Himmelshorn. Klein Mozi ist ein hinreißendes Kalb. Ein herrlicher Tag zum Fliegen. Eure Güte werden wir nie vergessen. Ihr seid jetzt ein Freund der Familie, schnappel. Danke. Tschüss. Wie kommen wir jetzt da hin? Kann ich da schon hinfliegen? Da. Seid gegrüßt. Auf bald. Auf bald. Buh. 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 Der Himmel war mir. Der Himmel ringtet euch. Ja, jetzt sag ich, man muss hier denen erst helfen, zwei, drei Quests lang und dann das Bonusgebiet. Da ist noch eine Quest. Grüße. Vor vielen Jahrhunderten war ich der Anführer der Himmelshornstamm. Solche eine Schändung unseres alten Grabstätten habe ich noch nie erlebt. In den Jahrhunderten, die ich schon tot bin, wurde mein Grab noch nie so geschändet. Der Anführer der hiesigen Kobolde hat meinen Schädel aus dem Grab gestohlen und trägt ihn auf dem Kopf. Er ist in der Höhle da unten, aber der Weg ist durch ein Tor versperrt. Kobolde erkennen ihre Anführer anhand der von ihnen getragenen Schädel an und sind dämlich genug, auch euch für einen Anführer zu halten, wenn ihr einen Schädel aufsetzt. Jetzt tötet einen ihrer Schädelhauptmänner und holt euch seinen Schädel des Herumkommandierens. Dann lassen sie euch vielleicht in die Höhle. Diese Kobolde nutzen die Angriffe gegen den Stamm der Himmelszörner schaumlos aus. Sie schämen unsere Gräber und stehlen alles, was sie in die Pfoten bekommen. Ich kann nichts tun, um sie aufzuhalten. Bitte befreit diese heilige Begräbnisstätte von den Kobolden. Leitet die Winde. So, wo ist hier so ein... Du nicht neben Kerze! Hiki-Nikka! Das ist aber doch ganz schön viel hier. Oh scheiße, falsche Taste. War das das so schon? Okay, das ist auch mal gut gegangen. So, das war die eine Quest. Ich dachte, der kämpft jetzt mit mir da! Oh, was für ein Loser! Na rechts muss er dann nochmal umhoch fallen, oder? Ich brauche ein Ziel! Loser! Och moooon! Für Kack zum König! Was trägt der Wind dazu? Ich muss zuerst etwas passieren. Ich denke, das wird perfekt funktionieren. Einige von Ihnen scheinen immer in etwas weniger bereicher zu buddeln. Geht, sprecht mit dem Torwächter der Blaukerzen und seht, ob ihr euch zum Kerzenkönig vorlässt. Wenn ihr vorbeigelassen werdet, weil ihr den Schädel tragt, wird der Gestank es wert gewesen sein. Möge Arn Schee euch leidt. Hey, das ist mal gut. Ja, ja. Hütet euch von den Tiefen dieser Erde. Ich sehe cool aus. Ha! Idioten! Ha! 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 Was will Stinker? Du willst, wenn du nicht reinkommen, wenn du rein willst, dann gib anderen Kohlen von Thron, der rumkommandieren aus Befehle. Dann wir reden vielleicht. Was? Ich muss rumkommandieren. Jackie, der Praktikant. Da steht Goldsmutten aus den Gräbern in den nahegelegenen Grafügeln. Das ist gut. Wasser finden Wörter nicht zu verstehen. Äh, ein Glitzerzeug finden, in den Dreck an totem Ort graben. Hä? Und du wollend, du Basilisthöten größter in der Höhle zu mir bringen. Dann kommt der nächste an geschissen. Große Kerzen machen viel Wachs. Ja, mehr Kerzen. In den Steingraben. Hübsches finden. Hübscher sein. Besser. Wieso schon wieder hier? Warum schon wieder hier? Musst warten, bis alle Arbeiten erlegt sind und sich nicht durchlassen. Geht zurück zu Thron, der rumkommandierei und macht, dass alles fertig wird. Boah, Junge, Junge, Junge. Jetzt wollen die die wieder abgeben. Du behalte einen, ich behalte den Rest. Kriege ich das dann auch wenigstens? Glitzerkram? Beste Tod machen überhaupt. Du bekommst beste Belohnung. Gib Knackzahn den Stiefel. Bestimmt noch heller brennen als Kerzen. Ja. Nicht zurück. Los, Boss muss suchen. Ich muss den suchen? Ich kann nicht. Hä? Ah. Springen musste ich. Oh, Spitzhack. Trefft euch mit Brennen. Trefft euch mit Brennen. Helf mir mal. Ich bin mein König. Oh, die kloppen aber. Helf mir mal. Ich bin mein König. Oh, die kloppen aber. Warum saugen die denn so hart? Ich habe kein Ziel. Kerze fast fertig. Braucht nur noch magische Berührung. Dann haben Kerzenkönigs beste Kerzen überhaupt. Ich glaube, ich habe ein richtiges Fingerspitzengefühl. Oh. Spezialkerze. Namensplaketten, was? Uh. Ach nööööö. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Du reinkommen, wenn Arbeiten erledigt. Was? Du haben Spezialkerzen des Kerzenkönigs. Okay, von mir aus kannst du jetzt sagen Hallo zu Kerzenkönig. Die Kerzenkönig jetzt sterben. Jetzt greifen mich alle an, oder wie? Nee, sind alle weg. Äh, greifen mich alle an. Dann setze ich nicht deine komische Königsmütze auf. Ich muss näher ran. Ich hab dir meinen Schädel gefunden. Den Geistern sei Dank. Diese Kobolde ehren ihre Vorfahren nicht, so wie ich es mir tue. Jetzt kann ich in Frieden wohnen. Das ist schon wieder der falsche Dungeon. Oder? Huch. Was ist denn das? Ah, hier war ich schon mal, ne? Muss ich schon mal. Dark holt den Unterkönig. Oh nein, da muss ich doch nachher rein. Ich komm immer in die falschen Dungeons. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Ach soo, hallo. Hallo. Ach nein, mein Gott, ich losgelb. Warum, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ja, ich kriege schon Hilfe für Schaden. Ich muss näher handeln. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist viel weit entfernt. Da läuft die Rekordzeit ab. Das ist viel zu weit entfernt und ich habe kein Ziel. Das ist viel zu weit entfernt. 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 Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel.